Hallo, guten Tag, ich lebe in Rio de Janeiro und arbeite hier bei Wilbraun. Ich habe 1998 den Abschluss gemacht, danach war ich einige Jahre in Österreich in der Beratung und jetzt bin ich ja in Brasilien gelandet. Und was habe ich am meisten mitgenommen oder was habe ich fürs Leben gelernt im Studium? Das war sicherlich die internationale oder auch die interkulturelle Erfahrung. Ich war im Studium zweimal im Ausland, einmal in Barcelona und einmal in London. Und ich muss sagen, bis heute zehre ich von diesen Erfahrungen. Ich kann heute leider nicht persönlich da sein, deswegen stelle ich mich kurz per Video vor. Ich habe mein Studium International Business in Pforzheim im Frühjahr 2009 abgeschlossen. Während meines Studiums war ich ein Semester in Frankreich, in Angers an der ESCA und ein Semester in Australien bei Schaeffler Australia in Sydney. Nach meinem Studium habe ich als Consultant im Bereich Unternehmensberatung bei Ernst & Young angefangen und erst durch das eher breit aufgestellte Aufgabengebiet im Bereich Unternehmensberatung habe ich sehr von dem breit angelegten Studium International Business an der Hochschule Pforzheim profitiert, da ich nicht nur die mathematischen Fächer, sondern auch die Kenntnisse aus BWL, VWL, Recht, Introduction to International Business und Intercultural Management anwenden konnte. Das hat mir sehr geholfen im Berufseinstieg Prozesse schnell zu erkennen, Schnittstellen zu erkennen und das Zusammenspiel unterschiedlicher Abteilungen zu beurteilen. Ich muss sagen, meine Französisch- und Spanischkenntnisse haben mir auf der Beziehungsmanagement-Ebene immer sehr gut geholfen. Das heißt, wenn man abends mal mit den Kollegen noch unterwegs war, sich in ihrer Landessprache unterhalten konnte, war das einfach immer von Vorteil. Und ich konnte auch zum Beispiel in Frankreich, was bei meiner Tätigkeit bei Melitta ein absoluter Hauptmarkt war, oft auch bei PR-Konferenzen teilnehmen oder auch mal mit zum Kunden gehen. Und da ist natürlich auch das Wissen der Sprache absolute Grundvoraussetzung. Ich bin aus dem Abschlussjahr 2007 International Business. Herr Pforzsch hat mich gebeten, ein paar Worte an Sie zu richten und der Bitte will ich natürlich nachkommen. Ja, das IB-Studium hat mir insoweit viel gebracht, als dass ich hervorragende Betriebswirtschaftliche Kenntnisse erlangen konnte. Und für die englisch- und französischsprachige Korrespondenz hat mir das natürlich sehr viel geholfen. Ich habe zwei Auslandssemester absolviert, einmal in New York, ein Praxissemester und einmal ein Studiensemester in Dijon. Und das war eine super Zeit, die ich niemals missen werde. Mein Tipp an Sie, bleiben Sie am Ball. Das IB-Studium schafft hervorragende Voraussetzungen für Sie. Seien Sie hungrig und vergessen Sie das Feiern nicht.